Hallo und herzlich willkommen zurück. Wir sind wieder bei Let's Play Craft The World. Ja, ich muss nur noch den einen jetzt ausrüsten und dann haben wir wieder alle beisammen. So, ne Keule, ne Spitzhacke, ne Steinachst, ne Helm, ne Holzrüstung und ne Rucksack. So, jetzt haben wir wieder alle beisammen. Das ist schon mal vom Vorteil. Dann können wir jetzt anfangen. Was würdet ihr erst machen? Ich glaub das hier nicht. MHS irgendwas, Mann. Ah. Stirb. So. So, lange überlebt man hier nicht. Wo kommt der zu mir jetzt her? Alter. So. Der kommt von da unten. Das heißt, die können da durch. Ich glaub das nicht. Du, keiner. So. Genau. Schön runtergraben. Weitergraben. Genau. So. Kramen wir ein bisschen nach Kohle hier. Oh. Ja, dann müssen wir bei ihm hier nach ne Brücke hervor. Und die einmal alle abbauen. Ihr dürft alle helfen. Alle. Alle. Ah. Egal. Neues Wesen. Lava. Stellt dir ernste Gefahr nicht vor. Ach so, ja. Dieses Vieh. Lava. Die Dinger. Ah. Die haben keine Chance. So. Können wir schön graben hier. Und mal hier ne Fackel aufhängen. Und hier auch eine. So, hier müssen wir tiefer gehen. Definitiv. Hier sind auch noch Eisen. Berg mal. So. Ähm. Ich wollte gerade sagen. Würdest du nicht was machen? Alter. Was für eine Quelle. Und hier muss irgendwo dann diese scheiß 4 auch sein. Da bin ich mir sicher. Grab das mal weg. Oh. 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 Ah, so wollen wir das haben. So, dann könnt ihr gleich nochmal hier ne Fackel aufstellen. Das weggraben. Wir graben uns ganz langsam da ran. Ah, blödes Hühnchen. Fällt das gar nicht. So, hier kann nix passieren. Ich passe immer bloß auf hier ey. Kein bock wie ich wieder mit dem Ding anlegen zu müssen. So. Schön die Kohle mitnehmen. Ein Buch. Ein Bergarbeiterbuch, das ist geil. Bergarbeiter. Bergmann13. Ja dann hier, zack. Dann bräuch ich mal irgendwie hier ne Fackel oder sowas. Der wird endlich mal wieder ein bisschen graben. So, wer hat die Fackel? Du hast die Fackel, dann kannst du das gerne jetzt auch weg. Ja du, grabe weiter. Los. Ich glaube, wir sind angegriffen. Ah, hier war noch kein Zombie, hier ist doch nix. Ich hatte was wichtiges. Fuck. Hier, grabe mal hier durch. So, kann mal hier noch weggegraben werden. So. Hier kann eine Fackel hin. Und jetzt mal hier, grab doch mal. Hör mal. Warum gräbt denn der das nicht? Was ist denn los jetzt schon hier? Warum machen die denn schon hier nix hier? Irgendwie ist das Buggy. Mal versuchen wir nochmal mit dem Neueinloggen, sag ich erstmal. Jetzt. Ganz komisch. So. So. Schön alles weggraben hier. Idioten. Alter, 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 alter. Was ist das denn hier? Hier ist alles voll damit. Fettes Dingle. Das ist schon krass hier. Ohne Witz. Können sie ruhig mal ne Runde weggraben hier. Ei, das ist doch mal der übelste Shit, was hier rum, was hier alles in der Erde ist. So. Genau, schön alles mit dem. So. Jetzt fällt ne Fackel rein. Ich bitte auf den erstmal, damit die da noch rankommen. Also hier muss ich ja nicht Silber sein, wenn ich mich täusche. So. Jetzt könnt ihr einfach, den könnt ihr auch einfach alles weggraben. So. So. Nöööö. Fett, ey. Krass. So. Dann bringen wir das vielleicht mal nach oben. Und dann gucken wir mal, was wir jetzt schon mal wieder neues craften können. So. Ähm. Da hoch. So. Genau, geh mal schön nach oben Machst du zu, ach du würdest die Leiter hinbringen Was ist mit dir? Du machst nichts Geh was essen So Du bringst mal mal das da rein Wunderbar So, Lager 21 Eisen haben wir jetzt erstmal So, wir können schon mal kochen Kochen ist schon mal gut Kochen ist schon mal sehr sehr gut Kochen wir eine Runde So, machen wir Fleisch So Heißt, wir brauchen Blätter Wir brauchen Fleisch Und wir brauchen Kohle So Jetzt haben wir alles Fleisch verbraucht Dann Brauchen wir Eier Und wir brauchen Oh, Kohle Gut Also wohl nicht so viel Ist auch nicht so schlimm Wir wollen noch eine Truhe machen Dafür brauchen wir dann noch ein Schloss Weil an die Deko wollen wir natürlich auch denken So Dann machen wir hier Mal alles weg Und drei Holz Okay, das geht so nicht Mann Das geht so Oh, nee Das ist nicht der Erzweck Ein Block Ein Block Ein Etim Vertauscht habe Oder das hier Mann, Mann, Mann So, egal So Jetzt macht ihr was Ihr macht was Gut Dann Ich überlege gerade mal Was kann man noch groß machen Schmiedschürze Steigt Effizienz und geschickte Schmiede Man kann das mal bauen Damit das halt fertig ist Damit es gemacht ist Sag ich jetzt mal Ich glaube, dass ich auch ein Blätterdach bauen werde Damit das halt mal gemacht ist Damit ich alles mal gebaut habe Ach Gott, da kommt ein Blatt hin So Dann ist das nämlich fertig Ähm Ja, komm, was soll's Ich will ja einmal alles gebaut haben Wie gesagt So Eine Schürze Kann ich auch basteln Und ein Kletterwerkzeug Dingsbums auch Also so ist es nicht Jetzt haben wir erstmal ein bisschen was gesammelt gehabt Und das geht auch recht fix Wenn man mal so eine Ader hat Sag ich mal So Haben wir auch alles gebaut Was wir einmal Also einmal alles gebaut Genau Ja, komm, hier Zack Macht erstmal, macht erstmal Wenn das voll unnötig ist, das zu bauen Aber das ist auch nicht schlimm So Der hat schon mal die Eier fertig Der macht nur das Wunderbar Dann kann ich mir jetzt mal kurz was trinken Habe ich denn mal nicht die alten Ironworks fertig? Eigentlich schon, oder? Basic Ironworks ist doch jetzt durch Ach, da fehlt noch ein kleiner Punkt, ey Ich glaube ja nicht Oh man, man, man So, zack Machen wir mal eben schnell die Kletterdinger Machen wir schnell die Kletterdinger Los Na, na Aber geschlossen jetzt Jage ein Tier Tiere sind nicht nur ein Nahrungslieferer Sondern geben auch Rohstoffe Wie zum Beispiel Wolle Finde in der Nähe deines Unterschlubs Ein Tier Und markiere es als Jagdziel Wir markieren es als Jagdziel Hier, wir nehmen zum Beispiel das Huhn hier unten So Dann, sie sollten Sachen fertigen, um das Studium der Technologie abzuschließen Jetzt geht es darum, einen Bogen zu basteln Oh, Glas Tonöl Flaschen Morgenstern Ja, endlich Wir basteln jetzt erstmal Zehn Morgensterne Genau Zehn Morgensterne Haben wir sogar noch genug Sachen für? Nein, haben wir nicht Das heißt, wir müssen auch wieder auf Jagd gehen Nebenbei kloppen die dann die Länger kaputt So Kommt, hier nimmt man das Weizen mit So Und der Holzfahrer ist echt für den Arsch momentan Heißt, wir müssen echt mal neues Holz sammeln gehen So Kannst du mal eben hier mal machen Jage ein Tier abgeschlossen Wunderbar, wunderbar So Weizen nehmen wir natürlich mit hier Er fällt dir alles Holzfäller Wunderbar So, ich gucke dir mal ein bisschen zu hier Damit ich sehe, wenn da mal ein Buch von er fällt Vielleicht kriegen wir noch ein paar von den Büchern So So ist das gut hier So Hoffentlich fällt davon nichts runter Wäre extrem ärgerlich Wäre extrem ärgerlich Attacke Und das So Das ist ja schon eine ganze Menge Verdammt Na egal So So Jetzt will ich erstmal erstmal hier alles einladen Gehen Oh Hier werfen wir noch ein Wechsel sogar Neues Ne Okay Es wird aufgesammelt Okay Gut Ähm Ich soll gleich mal wieder ein bisschen Holz da haben nebenbei Aha Sind die auch immer noch dabei? Hahaha Na mal viel Fleisch zu machen ne So Lager Holz hab ich 32 Das heißt ich hab genug So Ich Ach komm mach mal 11 draus Oder? Ne 10 Ich bin geizig So So Ein Bogen Machen wir auch noch Genau Wir machen uns zwei Bogenschützen Wieder So wie letztes Mal auch Und Feuerpfeile Dafür brauchen wir Harz Holz Und Federn So Können sie alles basteln hier Haha Haha So Mega Ausrüstung Bogenschützen Handschuhe Steiger Geschick und Effizienz Ja ne das ist sowas finde ich doof Aber gebaut wirds trotzdem Wurde ich eigentlich immer nochmal ne Etage Damit ich noch mehr von dem Scheiße alles aufstellen kann Ah das geht schon so So Währenddessen gucken wir mal zu Dass die noch alles aufsammeln Hier wegschmeckt alles ganz frisch neu ey Geht ganz schnell So Hier sind sie Hier müssen sie aufsammeln Geilomatico Und wie es dann weiter geht Erfahrt ihr dann in der nächsten Folge Von Let's Play Craft The World Bis zum nächsten Mal Tüdelü